Uhh... Ich weiß nicht wo ich hin muss huiiii! bei euch das seigen... und da Mitte! kicking dich! sorry, Ihres 보세요 Weiß nicht Da ist ein Geschenk! Oh, du hast es leider verpasst. Dafür haben wir hier... Was ist das? Ich glaube, das ist ein Dingens... Ach, wie heißt das jetzt? Legendärer Schatz. Du erhältst Fisch. Neuling. Ich will aber das Geschenk haben, das da war. Wo komme ich denn jetzt hin? Da. Jetzt bin ich ja hier am Anfang. Ich will das Geschenk, das da war. Ja, da musst du nochmal rein. Ja. Das schaffst du schon irgendwie. Ja, wir machen das. Und dann gehst du jetzt in den anderen Röhrer... Ins Linke. Wo bin ich denn? Ins Linke war... Musst du jetzt. Ja. Rechts oder links? Links. Richtig links, Baby. Einfach links bleiben. Ah, du bist super, Mr. Moore. Ich sag's doch. Einfach geraten. Ich hab's doch. Ein sauknapp. Huhu, sauknapp. Äh, plus zwei kritische Treffer, plus zwei Elementarkraft. Ach komm, setzen wir auf. Der hat noch keinen auf. Wenn das nicht mal stylisch ist. Jetzt mach kaputt die Scheiße und weiter geht's. Rechts oder links? Rechts. Rechts oder links? Kaputt machen. In der Ecke. Oh. Hab ich gar nicht gesehen. Oh, nix. War nicht drückt. Links. Männlich Intuition. Intuition. Da. Ah. Kaputt. Rechts oder links? Äh, rechts ne? Hui. Äh, also links. Ja, links hab ich doch gesagt. Du hörst dir ja nicht zu. Hörst du gar nicht. Hui. Later. Aber so gut schaffen das Spiel die Kinder gar nicht, aus dem Grund, dass man, weil man da so viel merken muss, eigentlich wo man noch war. Ich mein, Kinder können das nicht so gut, ich bin ehrlich jetzt. Hm. Ich glaub nicht, dass du als kleines Kind das merken konntest. Ist nicht. Rechts oder links? Rechts. Was ist das für ne Scheiße? Gehst du halt links mal. Dann kommst du wieder zum Anfang, glaube ich. Ja. Ich glaub ja. Was bringt die, ey? Musst du alles zerstören? Ich weiß das gar nicht. Gibt's da noch welche? Sehen wir ja gleich. Hättet ihr eigentlich so ein Geräusch kommen müssen, nämlich halt. Das ist kein Zelda. Rechts oder links? Äh, äh, warte. Du bist eben rechts gegangen, bist du jetzt links. Obwohl, nee, du bist eben auch da. Ach, ey. Jetzt kommst du wieder dahin, wo das geschehen, glaube ich. Rechts. Hm. Haben wir schon kaputt gemacht. Ja, da musst du jetzt wieder rechts. Oder warst du da rechts zuerst gegangen? Ich hab keine Ahnung. Da hast du auch schon. Verdammt. Du warst ja schon überall eigentlich. Ja. Aber wie kommen wir zurück? Na, durch den Lütereingang. Durch die Röhre. Durch die Röhre, ja. Da bin ich so tief, ey. Okay. Jetzt kommst du wieder zum Anfang, du Trottel. Das links gehen will. Stimmt. Das hab ich mir gemerkt. Mein Arsch, der... Oh, deine PlayStation 2 ist ja big. Ja. Wie ich das jetzt erst sehe. Scheiße. Wie schwul ist das, der? Ich bin ein Mädchen, ich darf das. Ich vergesse das immer. Äh, links. Hm. Dann kommst du wieder hin. Äh, links ist leicht. Links ist gut. Da war mir überall schon. Ich gehe trotzdem mal links. Verarsche! Dann gehe ich jetzt links und dann rechts. Dann kommst du wieder da hin, wo ich mich mache. Ich bin hier raus! Wir kommen zurück zum Patron 101 von Skylander. Geh mal links jetzt. Ja. Ach, ficken. Ich will wieder hier rein. Lass mich da rein. Gehst du jetzt, ähm, nicht... Links, ähm... Oder wie kam es denn jetzt? Warte mal. Das war rechts. Nicht was. Mist. Oder war es links? Oh, einer der beiden führt dich wieder zurück. Ja, die nicht. Okay, dann war das gut. Das ist doch scheiße. Ja. Mann! Ich fühlst du jetzt ewig... Äh... Wieder da. Jetzt gehst du mal rechts. Ah, sind wir wieder da. Ich möchte sagen, behältst du dich links hin. Ich weiß nicht, wo wir hier in die Mitte kamen, kamen wir auch wieder zurück. Nein. Doch. Doch, 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 ich spür's. Pass auf. Da war noch, oder? Da läuft doch noch eins, oder? Da ist das dahinter, oder? Äh. Da, siehst du? Äh, du hast... Die Sauna sind Skylander des Technologen. Boah, Plattformen. Ich sag mir, ich spür's. Machst du wieder Trigger Happy drauf? Nein. Weee. Ja, die geht jetzt zu... Er nimmt das Luft. Das ist kein Digimon. Hey! Du musst mich doch drauf lassen! Nein! Mr. Boogib ärgert mich! Aua! Das ist ein Schlüssel! Jetzt ist er. Jetzt ärgert dich. Nein, 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 okay. Ich kann nicht jetzt nennen. Ich muss jetzt den Typen da verpucken. Der mit dem... Guck mal. Ich würde an deiner Stelle den Typen, der da steht, mit dem Laser abgucken. Ja, aber guck mal, wo das hinschießt. Das da hinten kann man wohl auch drehen. Natürlich. Ja, aber ich guck jetzt erst mal... Ich dreh noch mal. Ne, hier geht das nicht lang. Das ist ja dumm, ey. Jetzt musst du einmal drehen. Ja, voll duf, ey. Immer um 15 Grad. Das ist ja scheiße. So, jetzt musst du den da hinten auch umdrehen und dann hast du's geschafft. Und ich will den Typen da umbringen. Geht nicht. Nein, geht nicht. So, dann machen wir uns mal auf zum Weg dahinten. Hattest du schon mal erzählt, dass Nudels Wohnung verpult ist? Ah, Schlüssel. Danke schön. Bitte. Ah, einer fehlt noch, ne? Ein, zwei. Bam. Ähm. Ha, ha. Ich glaube eben drei von, äh, fünf. Ja? Ja. Schmalig verlesen. Weiß ich jetzt nicht. Hab ich nicht so drauf geachtet. Das. Ah, schön. Essen. NVIM 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 NVIM!!! LAM 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 NVIM� Geh erst mal durchs Gitter bevor du weiter gehst Aber was ist hier? Nein! Erst durchs Gitter! Nein! Ich geh erst hier hin. Dann gehst du auch mal weit? Jo. Es war so queria.. Stimmt.... Welches Gitter? Da war so ein Holztor.... Ehrlich? Da kommt hier ja ein Tschüssi.... Hallo? Hallo..... Hallo? Hallo, 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 stirb, aua, stirb. So. Ich will dich nicht befreien. Ja doch. Ui. Vier von fünf, siehst du? Stimmt. Und da ist der nächste. Ah. Da ist ein Panzer. Blöpp. Jetzt wird deine Wohnung vibriert. Ja, meine Wohnung vibriert. Da ist echt ein Panzer, wie geil ist das? Trollpanzer. Trollpanzer, Mark 31. Jeder Panzer hat eine Schwachstelle. Also ich wette, seine Schwachstelle ist der Kanister am Arsch. Du musst ihn austricksen, Mark. Ja, ich versuche es. Jetzt, jetzt, jetzt. Los, los. Genau. Gib ihn von hinten, ey. Gib ihn von hinten. Warte. Voll daneben. Du musst davon nicht leben. Oh. Nein. Das ist geil, der braucht eine Pause. Bitte entfernen den Skylender vom Portal of Power. Nimmst du den anderen Technologie-Skylender vor? Ja, hatte ich vor. Ja. Gut. Wow, level up! Drabot! Er wird ihn zerstören, vernichten und vergewaltigen. Hallo! Ah, aber der Panzer war kaputt. Er hat ihn gut gemacht. Jo. Deiner ist mit ihm in den Tod gegangen, wie ein Taliban. Guter Soldat, so. Fünf von fünf! Du hast es geschafft. Ich würde es nicht glauben, wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Ich sage es nur ungern. Aber wir brauchen nochmal deine Hilfe. Es ist diese Fabrik. Sie verschmutzt die Gewässer und macht alles dreckig. Sie ruiniert alles. Bitte hilf uns, sie zu zerstören. Alles klar, zerstören wir das Ding. Also, weißt du, wenn du eine Troll-Bombe in die Flossen kriegst? Ne? Hm? Und sie in den großen Rauchspucker wirfst? Das sollte klappen. Kabumm! Die Trolle wären weg, unsere Heimat wäre sicher. Und ich hätte vielleicht endlich nichts mehr zu meckern. Aber irgendwas finde ich schon. Ja, irgendwas findet man immer zu meckern. Ja. Theo. Theo, Theo. Da ist Keder. Guck mal, da ist... Da ist ein Gegner. Aber wir bringen jetzt erst die Bombe weg. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ja. Sehr schön. Haben wir ja trotzdem noch geschafft. Das war toll. Das war toll. Das war eine Landratte. Du hast uns alle gerettet. Danke. Bitteschön. Guck mal. Kein Leben verloren. Das haben wir nicht geschafft. Schatzkisten. Eine fehlt uns. Und ja, unter fünf Minuten ist das. Das kannst du ja eh knicken. So. Das rückt mich voll auf, dass ich immer rede. Ja, Mr. Moor will immer vorlesen, obwohl die Figuren selber reden, weil er hört ja nichts. Ach, ich bin top. Das ist wie bei einer Skype-Übertragung. Ich versuche noch immer durch den Weitblick zu schauen, aber er ist etwas rostig und er lässt sich nur bis zu einem bestimmten Punkt drehen. Lass das bitte, Fischstäbchen. Ich muss mich konzentrieren. Ich habe voll Bock auf Fischstäbchen. So. Komm, wir gehen einfach mal mit gleich. Hey. Und trifft mich da oben am Kopf? Mr. Morgim ist gerade abgehauen. Der läuft durch meine Wohnung. Ja, kommst du mal wieder her? Nein. Warum nicht? Ich will die Zahlen beobachten. Dann hört man dich aber nicht. Ich liebe dich. So, wir müssen den Weitblicker ölen. Ja, du musst doch zeigen. Was? Nichts. Wo ist der Weitblicker? Weitblicker, wo bist du? Ich bin ein Schießbürger, die ist. Ja, ein kalten Schießbürger. Hier. Ich glaube, das sollte klappen. Hugo. Das Ding war euch nicht behindert. Hugo, der behinderte Pieper. Lass ihn. Moment, einen Schritt zurück. Wir müssen die ewige Wasserquelle zum Lichtkern hinzufügen. Aber laut meinem Plan nützt uns das Wasser nichts, solange wir nicht die sogenannten Doppelrohre von Osha Major Miner haben. Und die habe ich gefunden. Dort. Dort. Halt. Heilige Makrele. Das ist die Bucht der dunklen Wasser. Oh, das ist ein garstiger Ort voller Piraten. Ich wette, die Doppelrohre bringen einem plündernden Piraten einen prächtigen Preis ein. Entschuldige die Alliteration. Ich mache dann mal das Schiff startklar. Ich gehe einfach. Ich gehe jetzt. Ich sage es nur ungern, aber du solltest mit Garif hingehen. Ich suche weiter nach Hinweisen auf die ewige Wasserquelle. Du kannst starten, wenn du bereit bist. Alles klar. Und wer von euch weiß jetzt, was eine Alliteration ist? Ich weiß es. Weißt du es auch, Mr. Moore? Ich will wieder reden. Ja, du darfst wieder reden. Ich wollte euch mal zusammenreißen. Ich muss reden. Was weiß ich? Weißt du, was eine Alliteration ist? Natürlich. Mal sehen, ob es die Abonnenten auch wissen. Oh, was ist es? Ja, dann sage ich es ihnen ja vor. Aber wir machen hier jetzt erstmal Schluss, ne? Wir spielen hier schon über eine Stunde. Wir machen Schluss! Ja, wir machen Schluss! Ich gehe jetzt mal. Jetzt. Du kennst den Weg doch gar nicht. Wir schießen Schäfchen ab. Und Flynn schießen auch ab, weil der Kacke ist. So. Hallo. Kacke fürs Abschießen, Kumpel. Ja. Wie viele Schätze haben wir denn jetzt? Wo steht das? Ich kann echt nicht ruhig sein, wenn ich die Figuren drehen sehe. Diese behinderten Stimmen nicht mehr ausgedrückt haben. Ich sage. Oh. Ach, das sind unsere legendären Schätze. Achso. Ich will wissen, wie viele Schätze wir aber so haben. 298. Ach, haben die die Einzelnen immer? Müssen wir mal gucken. Ne, wir, äh, würden jetzt hier Schluss machen und dann sehen wir uns das nächste Mal wieder, aber ohne Mr. Morgan, weil der dann nicht mehr hier ist. Bist du mir sicher? Ja. Ich glaube schon. Du musst mich loswerden? Ja. Okay. Okay, tschüss, bis zum nächsten Mal. Sag tschüss. Nein. Doch. Okay, tschüss.